Okay, jetzt mal kaputt schnitzeln. Na, weg mit dir. Jupp. Die muss hier raus. Jetzt kloppen wir die noch ein bisschen nieder. Guck mal her. Guck mal, was du so weißt. Gewährfertigkeit verbessert. Du entkommst durch. Auf jeden Fall. Hui. Oh, ich hab dir so'n Scheiß gewähren, deshalb würde ich dir nicht greifen. Wenn man schon gewundert hat. Okay, rauchen wir mal ab. Na, hier durchs Fenster wäre gut. Komm hier durch. Muss doch hier irgendeine Treppe geben oder sowas. Oh, yeah. Hier durch. Und runter. All Rattler units, this is Rattler. Give me a sit-ramp on the route status. Rattler, this is... Oh. Yeah. Target's dead. Yeah. He's inside. You better get in there. Ha, der hat die gut verarscht. Sehr gut. Klar, es war tot. So, abgeschlossen. Fütterung. Boah, man kriegt super viel Erfahrung. Ah, was haben wir denn da für ein lustiges Symbol? Okay. Sollen die alle töten? Da wollt ihr eigentlich nicht drüber springen. Ich würd die am liebsten alle aufmischen. Jeder wird irgendwie von jedem beobachtet. Ähm, hi. Jetzt wird er auch beobachtet. Kann doch nicht wahr sein. Jetzt. Ah, wir haben hier so ein lustiges Viech. Wer beobachtet denn hier wen, ist die Frage. Die drei sich wahrscheinlich gegenseitig R. Okay. Oh, jetzt wird er wieder beobachtet. Gerade war es nicht so. Alle sollten sich mal umdrehen. Jetzt wird er nicht beobachtet am Ende. Die drehen sich gleich bestimmt nochmal. Wie dumm ist das jetzt immer zu warten. Man kann hier doch einfach niederschnetzeln. Zack. Zack. Jetzt machen wir einen nach dem anderen fertig. Das wird ja natürlich beobachtet. Ist klar. Okay. Okay. Ah, krieg ich ihn? Oder dreht er sich um? Krieg ihn. Ups. Achso, ich muss das Ding einfach nur eliminieren. Jawohl. So findet man auch heraus. Gentek. Gentek. Ihr könnt mich mal. Das ist meine Antwort. Los weg. Da kommt irgend so ein Team wieder. Gehen wir mal da. Zum nächsten Auftrag. Hier ist eine Blackbox. Eine Blackbox. Oh, ist er. Hier auf dem Haus. Nee, nicht in diese Richtung. Oh, nicht in diese. Ähm. Vier Feldagenten gibt's hier. Da unten ist wieder so ein Ding. Äh, erst die Blackbox. Vergess ich die wahrscheinlich noch. Hier lang? Hier? Hier? Hier vielleicht? Ja, in einer Ecke. Nächste Blackbox. Gibt ziemlich viele zu sammeln. Okay. Da unten haben wir wieder tolle Viecher. Er wird nicht beobachtet. Ganz hinten. Plups. Hey. Du als Nächster. Du. Jetzt wird er natürlich beobachtet. Jawohl. Naja, ich geh ja schon. Dann bist du aber als nächstes dran. Er hat's voll gesehen, wie er hingeguckt hat. Alles klar. Jetzt müssen wir mal die Käfige kaputt machen. Weg mit den Viechern. Einfach nur weg. Oh, boah. Ist aber das explodiert? Die Viecher sind echt explosiv. Ab zum nächsten Auftrag. Juhu. Wird schon weit entfernt, hm? Knappe Sache. Blackbox. 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 Nein. Ja. Ja. Moment. Hier hoch. Ja. Dann hat sich die Blackbox da irgendwo drin ist. Fuck. Oh, jetzt hat er mich entdeckt. Fuck. Ich muss mal wechseln. Okay. Und der Blackbox immer näher. Hier sollte eigentlich irgendwo... ...was sein. Ne, hier entfernen wir uns. Da. Wusste ich's doch. Okay. Die zweite in dem Bereich. Was für Affen. Unglaublich. Einfach nur. Man, wie Menschen wie Dreck. Hier geht's weiter. Na, ist klar. Laborratte. Ne, Brüder ist tot. Phase 2 bleibt im Geheimnis. Viper 1-2, komm in. Viper 1-2. Better get on my Viper 1-2 suit. Viper 1-2, this is Checkmate. How copy? Checkmate. You are to escort a Gentech researcher named Bellamy to the Green Zone. Coordinates transmitting. Bellamy is a Gentech VIP. Getting him out of Heller's reach is paramount. Copy that. And if you even think you have contact with Heller, you are cleared hot. Put that son of a bitch down. Die wollen mich auf jeden Fall tot sehen. Okay, kommen wir in den Sammelbereich. Viper, it's Dr. Ted Bellamy. I'm supposed to get evac'd out of here. Where is my evac team? Uh, over. Thank you. Dr. Bellamy, this is Viper. We have a helicopter on route to pick you up. Should arrive in 3 to 5 mics. That means minutes. Over. Not if I can help it. Oh, man, I'm already on the way. Oh, man. Okay, black hole. Copy that, Viper 1-2. Go slow this time. We don't want him yakking in the cab again. Oh, knapp an der Brücke vorbei. Ich geh kaputt. Okay, hier können wir gut stehen. Hier sind wir gut. Hier sind wir perfekt. Ranken, ranken, ranken. Yes. Verdammt. Verdammt. Ich muss auf die Brücke. Ich muss auf die Brücke. Oder irgendwie höher. Ich bin jemanden gebrochen. Jetzt. Oh, der ist super nah. Der ist super nah. Legt doch die scheiß Waffe ab. Bär, hab was gesessen. Oh, der hat den Helikopter nicht anvisiert. Oh, yeah. Da können sogar Menschen auf den schmeißen. Das macht Schaden. Ja, der Helikopter hat sauernd. Greift das Viech? Geht doch. Ich liebe, dass wir die Körperteile da einfach so zerfetzende Luft denken. Wir haben Bellamy, die Konvoi verlassen, während wir sprechen. Ich glaube nicht, dass ich mich mit so einem Brut-Geräuschen verabschiede muss. Ich glaube, du spielst du Fußball, oder? Okay, Transporter kommt vor. Oh, wie sollte man... Äh, bringen wir uns. Obwohl, ich stehe mit Ranken. Ja, gibt einen Bonus, aber... Oh Gott, die schießen gerade alle extrem auf mich. Dampfer, verdampfer, 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 verdammt. Boah, ich muss näher ran. Komm. Na komm. Okay, wir sind nah genug dran. Jawohl. Jetzt die nächsten zwei. Jawohl. Stehen beide genau richtig. Energie sieht gut aus. Bam, das fast. Ja, ja, ja. Komm her. Komm, du bist ein Appetizer. Heller is attacking a Gentech Scientist. Kannst du see that? He'll be coming from here. Ja, well, I'll get you transferred to the green zone as quickly as possible. Now I won't pass him a bunch of targets packed that type. Okay. 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 Hey, ich hab mir einen gekrallt. Den essen wir mal. Hahaha. Geil. Ich springe auch sofort nur noch in der Luft, knall auf den Boden und ess mein Essen und so. Hahaha. Hahaha. Oh shit. Hier bin mir erstmal sicher. Ja. So, abgeschlossen. Na, so noch kurz gestolpert. Hahaha. Oh yeah. Level up. Hm, was nehmen wir denn da? Verdacht klingt schneller ab. Bisschen unbedingt wichtig. Mehr Gesundheit finde ich gut. Father, just took down another Gentech VIP. Find me some information on a doctor named Burke. I think he's in charge of some other Gentech project. Right away, James. Na, alles klar. Mal auf zur nächsten Mission. Gehen wir zu. Geh. So, das Endste, was auf der Karte gerade ist. Oh. So, das Endste! Asst. Oh.